hallo leute willkommen zurück beim redtogs für unser let's play mass transit city skyline ja spiel vorsatz jawohl oh ich bin im ne ok da war die nächste zug sie haben auch jetzt gesehen in die letzte folge wir haben jetzt diese bahnhof eingerichtet ich hoffe dass wir auch etwas bringen weil wie gesagt diese neue gebiet da hätte ich gern auch mehr anwohner das kommt langsam ok aber was ich wollte jetzt bauen ist u bahn wieder weil u bahn wäre auch was gut für uns dass wir stellen auch eine verbindung mit u bahn und wo kann ich das noch stelle weil irgendwie will ich auch wieder so ich gucke ich gucke ich gucke vielleicht wäre auch gut an u bahn station zu machen ja der optimale ok jetzt jetzt gucke ich gerade aber da kann ich nicht so eingreifen jetzt doch ihre könnte ich das machen aber und dann die autobahn kann ich nicht ok schade weil ehrlich gesagt ich werde gern auch diese verbindung auch nutze ok dann dann muss man so eingreifen ja mama so eine das ist wieder ein neue 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 plan sie sind auch und dann machen wir auch wieder ihre an verbindung jawohl und jetzt möchte ich auch nicht mehr von ihrer anfangen ja langsam lang das geld auch nicht mehr so kannst für alles aber ich versuche mein beste mit euch ja ich guck mal gerade ich will mich auch wieder verbinden mit jawohl ihre ok das soll gut gehen ok linie neue linie hinzufügen jawohl alte stellen das werden nicht gehen dann im defekt alte stellen wo kann ich noch wieder kommen mit dem u bahn fahrt nicht offenbar ok ah ja super dann machen wir mal sache und fahrt nicht offenbar ich hab was neu gebaut und sie sehen das mit die u bahn das funktioniert nicht so ganz jetzt ok dann frage ich mich wie kann ich das so ok im defekt geht er trotzdem ihre er sagt mir das wird nicht gefunden ok gut dann muss ich zugeben dann muss ich dass ihr wegreisen weil wenn der find auch nicht die verbindung das bringt uns nichts so aber jetzt ich guck mal was könnte man machen im defekt im defekt ah ihr kann ich mich anschließen aber ob ist eine gute sache ihre zu sich anschließt ja noch mal schön oder ich guck mal jetzt alte stellen zum vergleich ziehen nee linie zum inzufügen an alte stellen ja nee wollte man nicht wollen wir eine linie starten neue linie hinzufügen ah jetzt ah moment vielleicht jetzt geht das alte stellen hinzufügen ok und dann sollte er wieder er kommen ihre ok und dann soll das ja gewesen sein alte stellen hinzufügen alte stellen hinzufügen nee kann man das nicht wieder schließen so alte stellen hinzufügen nee linie abschließe so jetzt jetzt ist wieder u bahn wieder am start wobei die charlie rauch was ihre aber vielleicht auch mal benutzt man das jetzt soll das langsam gewesen sein mit unserer u bahn planen so und jetzt ich versuchen das zu bekommen mit was könnten noch einfach jetzt fälle wir haben bald 100.000 anwohner aber immer müllprobleme ah super was kann ich machen wegen die mühle ich werde auch nicht jetzt eine mülldeponie hier anstellen wir haben schon so viele mühle deponie da ist auch nichts mehr zu retten hier bei mir und wieder kranke mensch darüber oje warum warum wieder so viel kranke mensch auf einmal war alles perfekt ja vielleicht muss ich investieren mit pharmaceutik Produkte Entschuldigung es passiert abends zu bei mir ach jetzt werden die leute abgeholt ok gut so was könnte man noch machen jetzt ach ich habe auch nicht mehr so viel geld ich hätte gerne mal dass die diese siedlung wäre auch besser was ist das für kranke bürger oh einmal schön wieder jetzt kranke bürger ホ Germone und Müll abfallproblem ach ja 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 okay dann muss ich sagen ich muss ein Bereich wieder ihrer akzeptiert und sagt ok im Defekt kann ich ihre müll deponie bauen mal gucken was noch möglich ist für mich neue straße inzubauen am besten muss ich gucken dass die mülldeponie da wird nichts das wäre eine option gewesen mit mülldeponie warum kommt kein mensch vom drüber für die mülle wo sie sehen auch das wieder ihr ihr neben die flug auf ist auch müllproblem okay dann im defekt mama wie folge wieder eine neue mülldeponie aber da werden die leute wieder krank wenn es so weiter geht okay die marie schiller und mann zweiter wir vielleicht hilft das die leute auch die müll abzuholen und mama an verbrennung anlage aber ich muss gucken dass die trifft auch nicht so die ganze leute okay am besten okay da ist wieder die sache dass ich kann auch nichts mehr hier großartig mache mit mit leute oder vielleicht industrie bereich aber so jetzt haben die mühlanlage habe ich gemacht jetzt aber jetzt soll das funktionieren mit die mühle langsam bin ich nicht bleibt aber das starke auch nicht meine geld mehr jetzt so viele sache gebaut und ja sie sehen auch schön dass es gibt immer noch was zu tun trotzdem die 100.000 einwohner werden wahrscheinlich erreicht in dieser part ich hoffe mal so jetzt der beschwert sich wegen die mühle okay aber da kommt noch die mühle da ist doch kein problem so jetzt also ich wollte gucken oh je das hat sich auch nicht so viel getan hier auf die industrie gebiet da fällt einige sache stinkt eure leitung wasser wir können wir gehen okay die wasser wir haben ein problem wieder mit wasser so wie das hat sich angehört ok dann muss man wieder was machen wegen wasser weil irgendwie die wasser ab wasser ist nie mehr wieder so wie damals was ist das an vorratestand nee wohl man nicht an pumpe dienste nee wollte mal ab wasser wieder da muss ich auch wieder alles hier eingreifen so wo kann ich das jetzt machen am besten ihr darüber ok so da bin wieder ein neuer ab wasser system gebaut das soll wieder alles funktionieren oder mal sehen mal sehen mal sehen irgendwie läuft in eine richtung ja wohl das läuft oh je super und dann werde ich sagen wir bauen wieder an wasser pumpe weil wir haben auch mit wasser bereich jawohl ah ah jetzt werden die mühle abgeholt oh je super super jetzt werde ich hoffe ich knacken diese 100.000 das wäre doch super wenn wir knappen das wenn wir wir knacken das weil da gibt es bestimmt ein bonus jetzt aber abwarten abwarten da ist noch alles wie gesagt am anfang aber die mühle da wird es abgeholt oder warum beschwert der sich diese anwohner wegen seinem mühle hallo da habe ich so viel mühle depone gebaut das gibt es doch nicht aber diese neue vierte der gefällt mir sehr gut er ist vielleicht alleine so nicht allein aber abzeit von dem andere sache aber da könnte auch wieder die leute denken ok das werden optimal ihre zu anziehen und wieder leute kranke das gibt es doch nicht die geht mich alle wirklich nicht zu fassen aber die haben zwei krankenhause das gibt es doch nicht ja und da machen wir verluste ich weiß doch nicht warum minus 1667 ok minus 3000 warum das weil wegen so viel mühldeponieanlage da könnte ich mich aufregen minus 5000 ja was soll das minus 6000 warum das jetzt die mühle sind abgeholt das werden ihre ihr mal gesagt ihr müll werden abgeholt oder nicht wie sie werden 1000 warum das jetzt jetzt die minus geht raus akka salon aber auf einmal habe ich angst da habe ich alles gebaut so mama ein bisschen schneller vielleicht passiert was dass wir reichen die 100.000 aber das ist nicht mehr so viele nur fünf anwohner und dann einmal geknackt die 100.000 da bin ich stolz dran jawoll oder tausende reich aber hallo was ist mit bonus da ist keine bonus wie wir haben schon 100.000 anwohner und der spiel gibt keine bonus ach du lieber gott ich habe gedacht dass er werde schon ein paar bonus gebe ok was ist die nach 7 150.000 oder wie ja ich bin noch weit entfernen ok aber jetzt im moment mache ich nichts mehr weil wie gesagt wir sind wieder knapp in die kasse das soll wieder das geld wieder sich irgendwie wieder steigen ah jetzt 33.000 ok schöne starte verschandelt wird sieben goldige ok keine ahnung was der hat gemeint wir waren kurz auf eine verlust aber jetzt steigen wieder das geld war kurzer dank aber wie gesagt ich baue jetzt nichts mehr weil das geld lang nicht mehr für etwas zu bauen aber wir haben viel investieren in dem bahnhof und und ich sehe gerade das gibt auch etwas aber wir sind noch nicht mal angebunden mit die u-bahnen oder doch muss mal gebunden sein ohne ist dass die u-bahn ist nicht verbinde ok aber dann werde ich so bauen dass die u-bahn kommt wieder ok neue ach nee alte stellen verlegen ah das ist nicht gebunden ach du lieber gott ja dann waren probleme da habe ich gedacht dass das wird gewonnen verbunden die beide ihr könnt mal das nicht ok so ich guck mal dass wir verbindet wieder was mit u-bahn weil irgendwie so moment neue linien hinzufügen jawohl da muss ich wieder alte stellen hinzufügen da wird es auch nicht aufgefunden alte stellen hinzufügen jawohl und linien abschließen jawohl jetzt ist auch eine neue u-bahn wege am arbeit sehr gut ja ich muss alles guck das u-bahn funktioniert auch ok aber jetzt ich mache diese part auch am ende ich hoffe sie haben auch spaß gehabt dabei da haben sie gesehen ich habe verbesserungen gemacht ein bisserl und ja schön die 100.000 sind erreicht das ist super für unsere start und ich hoffe dass wir erreichen noch viel 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 mehr in die nächste folge ok bleibt sie dran und ich wünsche ich wünsche euch viel spaß noch weiterhin mit mir und ciao macht's gut zu cruise zu fred du Untertitelung des ZDF, 2020